Ich hab auch Aufnahme. Okay, Aufnahme ist gestartet. Ich join wieder als erstes, okay? Ja. Und ich join. Okay, bin drauf. Bin auch drauf. Ich hab zwei Äpfel. Ich hab zwei Äpfel. Jaja, ich hab auch noch mal zwei. Falls, wenn wir dann beides so sieben Äpfel oder so haben, gehen wir noch mal runter komplett. Okay, können wieder. Ich könnte mir vorstellen, dass uns welche nachschauen. Hier sind Äpfel. Äpfel, Äpfel. Ich hab schon vier Äpfel, Yannick. Glaubst du, es scheinen uns welche nachsafe, oder? Weiß ich nicht. Wollen wir nicht vielleicht erst mal ein bisschen weiter noch laufen, Yannick? Ich weiß nicht, wir können doch hier erstmal noch weiter in den Räumen abfahren. Joben doch auch alle. Wie viel Äpfel hast du schon? Ich hab immer noch meine zwei. Wo willst du hin? Ich hab mir kurz ne Axt gemacht hier. Ich bin hier auf der anderen Seite vom Berg. Ja, mein ist auch fast kaputt. Also was ist fast, aber... 95 Uhr billetiert. Ich würde gerne weiterlaufen, dass er vielleicht noch irgendwie so ein Dorf oder so finden, Yannick. Ich glaub nicht, dass die irgendwie ein Dorf dabei haben, weil sonst würde die Yata Ono oder so direkt da hinlaufen, weißt du was ich meine? Ich hab eins drüben, das wär mal gerne wieder nach, Yannick. Da können wir hier erst ins Omilevel fahren. Wir haben fast noch gar nicht Spinnen gesehen. Ich hab ein Zuckerrohr. Wir brauchen mehr Zuckerrohr, Yannick. Ja, können... müssten wir halt anpflanzen, ne? Nee, da hab ich zwölf. Ich hab schon wieder so viel Holz auch, ne? Das Holz ham ich gar nicht rein. Ich dropp mal... hier... hier... ein bisschen was. Ich brauch langsam mal wieder Essen. Verwarte mal hier. Ich hab gar kein Essen mehr. Danke. Da ist noch ne Essen. Hab noch mal ein Leder. Okay, krieg ich das, dann kann... da musst du keinen Platz... da drüben brennt jetzt auch was da drüben bei den Wolken. Yannick, da recht. Hast du das, den Ofer hab ich hingestellt? Da kannst du jetzt... da brennt dann jetzt Essen noch für dich. So, ja. Auch noch mal ein Apfel. Ich hab schon 5. Ich hab jetzt 4. Und Gold haben wir aber nur 50. Noch ein Apfel? Da oben ist noch einer. Ja, nice. Da sind Schafe. Mhm. Das machen bis wir beide ungefähr 7 oder so. Oder bis hier halt einfach alles weg ist. Aus Strings kann man ja Wolle machen, aber Wolle kann man nicht in Strings verwandeln. Da. Da ist ein Chicken. Genau. Das hat aber leider keine Feder getroppt. Lass ein bisschen weiter gehen noch, Yannick. Ja, weiß nicht warum. Einfach so mal ein bisschen weiter kommen. Lass da nochmal auf 2, 3 Äpfel warten. Okay. Ich hab 6 Gold Äpfel. Ich kann noch einen Apfel machen. Ich hab noch genau 8 Gold. Für einen. Dann haben wir 7 Gold Äpfel. Dann krieg ich 4 und du kriegst 3, weil du ist besser Rüstung. Okay? Ja, alles gut. Dann laufen wir dann gleich weiter, Yannick. Und gucken, ob wir eine große Höhle finden, wo wir reinliegen. Ja, ich hab noch einen Apfel. Okay, noch einen Apfel von dir, dann kann ich nochmal... Ja, ich geb dir immer alle. Nimm mal das bitte hier kurz mal. Ist Fleisch? Komm, fahre ich mir so langsam jetzt hin. Okay, Yannick, komm mal her. Mhm. Hier, 3 Gaps für dich. Hast du noch, äh, Feder? Eine oder zwei? Ja, eine. Danke. Hä, wo ist mein Flint hin? Ich hatte einen Flint, deswegen hab ich mir gedacht, mach ich einen Pfeil. Okay. Dann lass weiter. Warte mal bitte kurz, Yannick. Ja, ja, ich warte, ich geh nur hier vor. Ich hab 39 Pfeile. Wo bist du? Hier hinterm Berg. Kommst du hier lang? Hier lang hätte ich gesagt. Oder? Nee, lass am Strand dann laufen, wo du bist. Links von uns, wenn ich jetzt hier weiter entlang lauf, also, Richtung hier, wo wir jetzt entlang laufen, ähm, links von uns war ja der Sporn, ne? In die Richtung. In die Richtung. Rechts, in die Richtung war das Sporn. Nein. Ich bin doch von hinter uns gekommen. Warum sind da Fackeln in der Höhle drin? Ich hab noch nie Fackeln geplaced. Dann sind die vom Gegnern. Ja, lass weiter laufen. Oh, Kuh, Kuh, Kuh. Zuckerrohr, ich hoffe halt, dass wir hier irgendwo Zuckerrohr bekommen. Am Anfang war das ja auch geplacedes Zuckerrohr. Ähm. Yannick? Hm? Der Stein wurde hier auch geplaced. Mh, jaja. Waren halt wahrscheinlich Gegner hier. Lein links, dein Strings. Nice, nimm mit. Ich kann Bogen machen. Hier liegt auch noch mal ein Strings. Zwei Strings. Hier liegt auch noch mal ein Spinnauge. Und ein bisschen Cobblestone ist hier. Kommst du wieder zu mir? Hier liegt ein bisschen Stuff, ja, ja, guck mal. Guck mal, du besser zu mir. Hier vorne ist auch noch ein Chicken. Okay, nice. Get dropped. Ich hab Power 1 Buch. Wo bist du? Hm, hier. Also da. Regnet. Es werden auch wieder Mobs spawnen. Ich brauche noch einen Faden. Einen. Okay. Hast du zwei Level gerade? Ja, hab ich. Hallo, guten Tag. Danke. Wollen wir weiterlaufen? Am Strand hier entlang? Ja. Rechts, rechts, rechts. Das ist gar nicht. Nein. Wir brauchen ein Level. Und halt Zuckerrohr. Ich glaub Zuckerrohr ist groß. Äh, Yannick. Die Pilze. Mhm. Die Pilze. Der liegt aber die ganze Zeit Level, Digga. Der liegt auch auf dem Baum irgendwie Level. Da ist ein Koppel. Und da drüben liegt auch nochmal. Steine, Digga. Da ist noch Hühner. Ey Digga, jedes Hund, was ich gerade gekillt habe, hat eine Feder gedroppt. Hier ist ein Woll. Woll. Wollen wir die? Nee, ich hab ja keine Knochen. Ich hatte... Bis gestern oder so hatte ich noch immer zwei Knochen oder drei Knochen dabei. Wenn wir Knochen haben... Yannick, halt hier bis rechts. Wenn wir Knochen haben, können wir die ja mitnehmen, weil... Wenn wir unter der Erde sind und kein Essen mehr haben und dann Seeds haben, können wir Brot anpflanzen. Yannick. Wir brauchen hier kein Zeug so viel. Sonst lass halt nochmal ein bisschen mit dem Boot fahren, Yannick. Ja, ich hab halt keinen Bock auf die Borde, so. Aber ja, keine Ahnung. Du musst einfach mal hier kurz ins Boot setzen, Yannick. Ja, wenn du eins machst, ist gut. Ich mach für dich eins. Okay. Einfach mal in die Richtung fahren. Okay. Was ist denn da passiert? Wieso? Ist das eine Schlucht? Ja. Irgendwie schon. Ich kann mir vorstellen, dass die gelootet ist, oder? Ah, hier ist eine Spinne, Spinne, Spinne. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Dann wurde es dann direkt geklatscht. Hat du Spinn-Auge getroppt? Ich hab auch nur noch 5 essen. Ihr seid spinnen. Was? Das ist eine Mini-Schlucht. Das ist eine Mini-Schlucht. Oh, da ist eine Spinne runtergefallen. Das klingt so ganz viel Spinn, Yannick. Ich hab auch eine Spinne, bei mir sind auch zwei. Ihr habt den Faden. Ich hab auch Faden schon. Ich hab auch Faden schon. Ich sag auch noch mal ein Filet. Okay, nein. Dann haben wir beide Bogen. Du kannst dich da gleich mal verzaubern, wenn du willst. Ja, ja, ich brauch einen besseren Bogen, also einen versauberten Bogen noch. Und einen besseren, also vielleicht auch noch Schaf 3. Ich hab ein Power, äh, Schaf 1 Schwert noch. Okay. Ja, das brauche ich dann nochmal. Äh, nicht Schwert, sondern ein Ding. Oh meinst du ja. Wo bist denn du hin? Ach, davon. Oh, ich muss das essen. Ich bin auch gebrauchen, wie gar nicht mitnehmen, weil das... Äh, die ganzen Skeletten nehme ich mit. Da sind voll viele. Die Knochen... Ja, ja. Erstens Knochen. Hier wurde eine Kraft die Bench abgebaut. Hier wurde abgeholzt. Ja, ja. Wenn wir uns auslocken, probieren wir da, wo kein irgendwie... Also vielleicht sollten wir hier auf jeden Fall schon mal nicht. Warte, komm mal her, Yannick, komm mal her. Ähm. Ach so ein Creeper. Ich hab das gesehen. Hier, Yannick. Warte, ja. Ich brauche erstmal selber einen Vogel. Kannst du die Spinne kurz töten? Yes. Ja, Sekunde. Danke. Ja, Digga. Ah Digga, ich hätte mir grad fast ein Ding gemacht. Eine Angelblut. Ah Digga. Ich hab grad keine hier. Ich hab grad so Lust. Doch, Level. Ach, ich hätte... Ich will Wasser einmal entchanten. Mach mal gleich einen Power-3-Bogen, Digga, okay? Ach, Junge. Ach, Junge. Das ist andere abgewogen. Aber eigentlich seid mir ja Schutz auf Rüstung machen, oder? Ja, soll ich dir Rüstung fahren? Ich krieg... Wir haben ja kein... Wir haben ja kein Dings. Ja, ja. Müssen wir jetzt fahren nochmal. Ich hab Zuckerrohr. Ein Bogen. Ich hab mir jetzt halt schnell drei Böel gecraftet. Mal weg. Hast du noch einen Faden ein? Äh... Nö. 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 Lass das Zeug mal oben stehen kurz. Ah, da ist noch ne Spinde. Brauchst du noch Fäden, ne? Ja, ja. Ich brauch noch. Deswegen hab ich auch gespielt. Habst du gebraucht? Nö, ne. Ich hab schon wieder drei... äh... zwei Fäden. Kannst du mir geben? Eins. Komm zu mir. Bin bei denen. Okay. Abendboss und Verzauberungsdisch hier. Merk doch mal. Ich muss nicht mehr. Ich fahr mal kurz hier einfach Level. Ja, mach. Oh, ich glaub da kommt ein Fieber, oder? Ne, sonst irgendwie auch. Brauch fünf Level. Da hinten ist ne Hexe. Pass auf, dass die dir den nicht ein Gift gibt. Ja, ja. Die ist nicht bange gerade. Aber da hinten halt... Für einmal gucken, wie viel ich schaue. Okay, ich hab jetzt auch Ding zwei. Okay. Oh mein Gott, mir fehlt ein bisschen noch. Dann hab ich... ...die Hexe. Hexe hab ich. Dann hab ich die Hexe. Okay. Okay. Ich hab sechs Level. Wo steht die ganzen Sachen? Äh, die hab ich abgebaut. Krieg ich die wieder? Ja, komm mal. Auch, weil der jetzt kein... Ange-Ding ist... Aber, okay. Power-3-Bogen. Ich hab eine Kartoffel vom Zombie bekommen. So selten. Ich sag mir jetzt einfach... Ja, Janik, ich sag... ...Lev... Oh mein Creeper. Ich hau zweimal drauf und die sind... Was hast du eigentlich auf deinem Schwert? Schwer 2. Ja, ja, genau. Ich brauch... Und Schwer 2 hab ich auf dem Ding. Oh, hier ist ein Enderman. Hier kommt. Schrauben. Ja, das ist Regen. Ja, das ist Regen. Wo ist der jetzt hin? Ja, der teleportiert sich hier. Guck mal. Wo ist er? Ich will den umbringen. Nee, ich hab schon wieder kein Essen mehr. Ja, ich hab auch kein... Ja. Ich auch nicht so viel. Warte mal. Kannst du mal viel kochen und braten? Ich... Ich geb dir mal die Knochen. Ich weiß nicht gerade, für was ich gebrauchen soll. Ja, scheiß Zombie. Ich glaub, wir sollten mal schnell... Irgendwie gut unter oder so. Wir haben auch nur noch... 4 Minuten. Guck mal, ich mach jetzt erst mal dein... Dein... Unseres Essen. Ja. Nimm hier mal kurz. Fresch raus. Okay, wenn es fertig ist, müssen wir... jetzt sind welche gejointed, aber... nicht so schlimm. Wir müssen eng weg. Gleich. Okay. Ja. Hast du fünf Level? Ja, aber... Ich glaub, ich brauch das Level dann. Aha. Dann lass mich hier rausholen. Ja, mach gut. Ja. Ich dachte, du kannst nur kurz vielleicht... Ja. 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 Ich bin... Ich bin gleich Level... ... drin. Ein bisschen auf Level 4 fehlt mir. Ja. So. Noch ein Zaubi oder so. Ein Viech noch da hier. Warum hat der kein... Ja, jetzt. Äh, Ambos? Okay, wir haben noch... Wir haben nur noch 20 Sekunden. Warum kostet das jetzt 7 Level? Nö, für... Ja. Ja. Oh, fünf. 40 Sekunden. Ja, wo wollen wir jetzt hin? Lass es einfach noch ein bisschen hier hin. Ich hab einen Protthelm, Janik. Einen Protthelm. Das einfach hier auslocken, okay? Ja, ja. Lass hier rüber, aber bau nicht, boll nicht. Bleib... Lass hier am Wasser bleiben. Am Wasser, Janik. Da am Wasser, hier am Wasser. Ja, ja. Hier, hier ist das Koppel unten. Ey, ja, nicht reingehen. Lass das eine Zuckerrohr hier und lass uns hier auslocken. Ja, ja, lass hier. Einfach hier bleiben. Nein, nein, lass runter. Bau dich auch runter. Aber wär dir zu... okay, egal. Hab zugebaut. Okay, nice. Okay.